war schlimm ja unheimlich die sechs war schlimm am ende da war ein blauer armsie drinnen da bin ich dann gestorben wo waren der reprise weiß ich doch nicht auch hier vorne ist gleich ein höhleneingang rosanna das ist die sechste rosen alle sechster wo man nicht rein gesehen hat er wohl eingang für die rosa direkt hier vorne ist okay so da hinten seid ihr und wieder alleine durch den wald laufen naja schaffste wir glauben an dich bist du der einzige das stimmt man Dave Kutschhaft Oh, das ist top Oh, danke Ja wieder so einer, siehste mit so ner Arschlochmaske Wie Schläge der braucht, das ist unglaublich Jetzt kann ich aufheben Echt krass Wahrscheinlich mit unserer GameStage, wo wir dir das Zeug geholt haben Hat er gesagt, jetzt, oh ne, jetzt hier, komm Jetzt wäre cool noch, die Anzeige so ungefähr noch 10 Minuten in diese Richtung laufen Und du bist bei den anderen Das hat Dante Kasten auch schon gesagt, es wäre cool, wenn die Entfernungen dran stehen würden Wenigstens, 50 Meter, 100 Meter Ja, wobei das Ganze wieder unrealistisch macht Ja, die versuchen halt ein bisschen mehr auf Realismus zu gehen Deswegen hast du auch kein Tool-Bild und so Das finde ich aber auch nicht so schlimm Ich finde das Nee, ist voll scheiße, ohne Tool-Bild, hast du vergessen gehört Ach, wir sind da, wo ich meine Base hab Cool Also da, wo ich jetzt grad bin, da ist meine Base Okay Ja, warum sind wir da nicht hingegangen zum Schlafen Weil die nicht in dem Spielstand ist? Hä? Das ist jetzt schon wiederum, wenn ich da unten wäre, die rennt einfach vorbei Was? Wo seid ihr? Was auf, hinter dir! Hallo, ich Nee, ein Kaninchen, was sich im Kreis dreht Also Wer seid ihr denn? Oh, direkt neben dir Ach, da oben! Wieso seid ihr hier? Wartet auf dich Wollt ihr hier hinten rein, oder was? Ja, aus zu der Lila-Länder Äh, Dave, wir haben eigentlich ein Shelter gebaut Ah, hier sind, ja, hier sind Dings, ne? Das hätt ich dir sagen können, also wenn ich gewusst hätte, wo wir sind Ja, warum hast du das nicht gesagt? Hast du ja gesehen, wo wir sind Nicht wirklich Ja, natürlich Was sonst waren wir gesehen? Orientierungslos, wusste nicht, wo ihr seid, ne? Schon mal ein paar Stöckern zu sammeln Echt jetzt, Kaninchen? Hm? Das kann ich überhaupt mit meinem Pfeil ab Im Kopf? Ja, gut Ja! Cool Wie schlecht ist das denn? Normalerweise sind die mit einem Treffer tot Und der hat sogar gebrannt, der Pfeil Da ist die Neuen, da muss ich mal rein Scheiße, Backe Ich hoffe, wir kommen da durch Ohne den Repreaser Mit Chrissy Hä, wo seid ihr denn? Wir stehen doch noch hier rum Ja, warum kommt ihr denn nicht? Ja, ich guck, ich muss orientieren Ganz kurz Dann zeig uns doch den Weg zur Höhle, Chrissy Ihr habt doch gesagt Irgendwie dahin, wo es lila ist Also direkt an meinem Base Dingsbums war ein Eingang gewesen Ich weiß noch, dass die ist Ähm, ne Hm, ne, okay Da waren wir ja schon drin Mit Dings Mit den zwei anderen da Hast du eigentlich für eine Kutte an? Wie gab es denn in dem einen Dings? Das ist ein Bademantel Ja, Mann Was denn? Ich muss das gerade mal abgleichen hier mit der Dings Mit dem Das müsste hier irgendwo sein Der Eingang Hier ist so ein kleines Dorf Das waren wir eben, das kleine Dorf, genau Und zwischen dem kleinen Dorf und dem Wasser hier Da muss irgendwo ein Eingang sein Ich laufe noch mal ganz kurz zu dem Dorf Ah, ist das stinkende Dorf da drüben Hier ist ja lila in der Eingang Das ist direkt beim Dorf Das ist nicht der Warum nehmen wir da nicht den Eingang hier? Genau, alles klar Da ist das der, genau Mombi? Äh, Hilfe Ja Ich habe gerade Tangenbruch in der Hand Wo ist er? Ich bin hier Da ist er Keine Ausdauer Dauert noch eine Viertelstunde Bin ich auch bei euch Tschüss, hau ab Hast du, äh Kein Essen oder Trinken? Fehlt irgendwas? Essen habe ich, Trinken habe ich Diese, guck Da ist irgendwas noch im Wald oder so Guck dir den an Der hat eine Maske oder eine Menschenmaske Oder zum Schwein Oh, hangschau mal noch nicht, wa Äh, hier sind noch drei, vier Ja, ja, bin da, bin da Ich erinnere mich den letzten ein Irgendeiner surrounded mich hier Glaube ich Da ist noch ein Keulenonkel Mann, da ist er irgendwie verschwunden Zwei Keulenonkel Äh Hilfe Hilfe Liegst du? Ich habe mich in der Höhle verpisst Ja, lass uns verpisst Chrissy, komm Geh runter Ah, den einen mache ich jetzt hier noch kalt Na, wenn ihr da oben alle kalt habt, könnt ihr Bescheid sagen Aber ich habe gerade noch ein HP Ja, ja Der ist auch platt So, schnell runter Ja, nee, dann komme ich wieder hoch Wenn alle platt sind Wieso? Ja Hör doch bitte einmal im Leben zu Weil ich ein HP habe Okay Weil ich mich jetzt erstmal hochheilen muss Wir müssen eine Flagge entstellen Ach, hast du gemacht? Hier ist noch einer Hier ist noch einer Ich habe noch einen Ja, da kommt noch einer Ja, da kommt noch einer Wir haben extra für dich bestellt Ja, da ist noch ein Zelt 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 Ja, ich habe ihn für dich mitgebracht, Chrissy Boah Hör doch, wunderschön Ach, reingeschmissen Hey, dich kannst du hier nicht davor Das ist voll blöd, man Jetzt kriege ich den Trigger nicht mehr Doch jetzt Okay, auf geht's Der Trigger an der Hülle hier ist sowieso scheiße Ja, der ist richtig kacke Das kann sein, dass wir wieder raus müssen gleich, weil Chrissy den Taucheranzug nicht hat Ja, super Ich weiß es nicht Vielleicht haben wir Glück und wir finden das Ding gleich Wir suchen den Climbing Hook, wirst du? Und auf dem Weg kann man dann für dich dann eine Tauausrüstung holen Ach, du mit einer Kutte, der sieht echt komisch aus, gell Echt, findest du? Ja Bist du nicht schön? Nein Du, ja, das Outfit war schöner Hm, äh Das ist ja irgendwie verloren Ich bin gestorben, Emma An dem blauen Arm, sie Hab' hier einen Fehler gemacht Boah, es geht noch Timo, gell Ciao Ja, dann machen wir einen Piloten aus Outfit Damit kriegen sie sich nicht da auch und verbrennen Tja Tja, Tauraausrüstung und so Echt? Hier unten ist alles mit Wasser Shit Ja, dann Es war ein Versuch, dann müssen wir jetzt von Chrissy das Ding ausholen Hm Tut mir echt leid für euch Nee, alles gut Das war ja eh klar, dass wir das machen müssen Ich dachte, jetzt können wir jetzt Weil wir jetzt eher schon neben der Höhle standen quasi Können wir das schnell machen Äh, wo war die denn? In der 3 war die drinnen, ne? Die Tauraausrüstung Ach nee, warte mal, Goose Lake Ich muss kurz nachkommen Der Goose Lake kommen wir ja eh nicht durch Nee Äh Nee, warte mal Ich geh ja was Warte Geht doch Ja, geht ohne, Chrissy Komm ja Ja Wir machen Mund-zu-Mund-Beatmung Hm Direkt an die Stelle Ja Und dann einfach runter und rüber und hoch wieder auf anderem Seite Na gut, hier geht's ja Okay Das mal Babys Oh Nein, 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 ah Was runtergefallen Wo ist denn die Taschenlampe? Hm, Dings Dann haben wir mal Licht da unten Oha Wenn wir Glück haben, finden wir das Ding gleich da unten Nimmt, fertig Aber es sieht auf jeden Fall richtig aus Es sieht aber schon mal geil aus, wie die Babys da unten brennen, gell? Das findest du gut, dass Babys brennen? Das hier hab ich ja gar gemacht Ja, die ist in nem Feuer Ich hab dich grad angezündet Häh Aber mir ist kalt Ja, mir auch Ja, mir auch Ja, mir auch Krieg schon Schaden Echt? Na lass doch unten nen Feuer machen Wenn du Glück hast, ist hier sogar ein Feuer Nö, sieht nicht so aus Nö, sieht nicht so aus Nö, sieht nicht so aus Ah, ich war schnell eins Ja, baum eins Paar Stöckchen hab ich auch noch Weichern kann man mal eben Ja, das ist ne gute Idee Ich hab Schaden gekriegt Verzappeln, Babys Ja, das sieht doch hier mal richtig aus als gestern Also gestern war auch nicht falsch Warte Oh, dankeschön Sehr nett Nimm das mal in der Hand Dann guckst du dir mal an Das sieht doch krass aus Oh, das eine zappelt hier doch noch Ja, macht rum halt Aber hier gehts doch gar nicht weiter, oder? Kommt mir so so vor Ja, klar Achso, alles klar Sollen wir alles soweit? Ja, das Feuer können wir Cool Ohja, kann ich nicht einrennen Ne, das war schlecht Hier ist ein Durchgang, ein Schiebedurchgang Ein Quetschdurchgang Ja, schieb mal Mhm Wir schieb von hinten nach Wir schieb von hinten nach Ach, wir sind im Arschloch Das ist ja hart Warte, schon wieder die falsche Höhle, oder? Ne, ne, das ist richtig Wir müssen da vorbei An dem Arschloch Fall da nicht rein, Chrissy Ne, das meinte ich Das meinte ich damals Das haben wir mit Sven gemacht hier Also die Höhle Ich bin ja an der Seite schon mal lang gegangen Aber ich weiß nicht, wie tief hier gekommen sind Springt nicht runter auf jeden Fall Höh? 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 Felt bitten? Ja Kann man wohl nicht speichern Ah, Zeichnung Ah, nice Medikamente Aus dem Baum Das ist ein X, siehst du an dem Baum Krass Hätten wir uns gleich gewunden Ahhhh Bum 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 Ach ne, ist kein Bum bum Ist ja hier äh Röchtfackel Flair, ja Brenn, Brenn Oh Gott Da fallen ja auch Babysprache Jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los hier Oh, Soda Na, die Knäle Kopter da, siehst du? Krass Ne, ich guck da nicht runter Ich hab bei meinem Glück fall ich da wieder runter So wie gestern Ich hab die Musik Ich hab die Musik Ich hab die Musik gefallen Du hast ein Helikopter Soll ich auch Musik oder Ach da Okay, dann ist es mein Stream Audio Oh Gott, hier geht's weiter Hm Wird geladen Wird geladen Echt? Ja Boah, Ruckel und wieder da Ja, schon bei mir, oder? Oha Ja, das ist absolut richtig, wo wir hingehen jetzt Was haben wir eigentlich vor zu holen? Hm Die Climbing Hook Babys, irgendwo Wo? Hast du den Kletterhaken? Den brauchen wir unbedingt Echt? Ja, glaubst du mir, wenn ich's dir sage Ah ja, jetzt hab ich's auch gehört Oh Wow Shit Alter Haut ruf Da kommen die Babys Fliegender, brennender Baby-Scheiße Fliegender, brennender Baby-Scheiße Chrissy, hier ist doch eins neben dir Hä? Was lebt der da? Ja, waren drei Schuldig Ich konnte mich nicht konzentrieren, nachdem der Feuerball da angeflogen kam Das war's geil Das war ein guter Zufall, Alter Ja Ja, vorher hab ich den verfehlt Den Baby Ich hab verfehlt Den Baby Oha, hier seh ich schon wieder Wasser, das ist nicht gut Ha! Nicht, nicht, nicht Ist das Wasser? Äh, achso, ja Aber hier, wenn wir hier am Rand, äh, am Rand lang Blah, 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 blah Da kommen wir nicht rein, wollte ich grad sagen Oha In Hockey, ja Das ist aber echt ne ganz schön knappe Geschichte hier, Leute Ja, ja, voll nid Nicht Fettfänger Oh, ja, jetzt wird's interessant Nein, sag nicht, wir müssen hier Sprungübungen machen Oha Oha Wirklich Soos Ja, steh mal direkt da vorne, Dave Super Idee Oha Komm rüber, Chrissy Ja, hat er klappt Tom Brider-mäßig Bist du sicher, dass das hier richtig ist? Naja, nur klar, ist der Einzelweg, wo du lang gehen kannst Kannst du da rein springen, ob das überhaupt die richtige Höhle ist, meine ich Ja, ja Also rechts geht's weiter runter, gerne Da ist ein Rundgang Oh, Baby Au, 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 Au Pass auf, Zombie Alles los? Oh, okay, Dave, fast recht, hier ist er Ja Nice Ich war ja schon mal, ich erinnere mich Hier passiert Mhm Da kann man gleich testen Das Ding ist auch mega gut zum Schlagen, ey Was habt ihr jetzt aufgesammelt? Climbing Hook Kletteraxt Eine Kletteraxt Ja, Mann Wie sagen die einfach einen Kompressor hier? Hier ist noch ein Kettensägen Bild, hat das noch jemand abgesammelt? Das habe ich aufgesammelt, ja Okay Great Savings, Mann Wie brauchen wir als nächstes? Höhle 3 ist das Hast du Ich glaub das Bild und die Ketten, äh und die Climbing Ja Die gehen hier raus, würde ich sagen Da kommen wir auf der Seite raus, wo wir dann den Represor holen können Aber es geht hier noch weiter runter, Leute Aber da kommen wir nicht runter Doch, da ist ein Rundkurs Da geht's hoch Nee, guck doch mal Ja, und hier geht's hoch Aber hier geht's noch weiter Ja, das ist aber die falsche Höhle Da kommst du eh nicht weiter, weil du den Represor nachher nicht hast Good Da ist Wasser, denke ich mal, ja Müssen wir aus den Represor holen, das ging jetzt nur um den Climbing Hook Okay Moment Wir müssen eh wahrscheinlich noch zweimal hier rein, wir Mutti und wir Weißt du wie es ist Können hier oben nochmal gucken Ob er sieht aus, wenn Wasser Nee, hier ist nix Nö, hier geht's doch noch weiter Blut abgewischt Mhm Wer hat? Das war ich Wie zum quetschen? Das ist wieder ein Bild Ah Ein Knochen Das X markiert den Punkt x markett ich stelle wo ist denn das ja das ist wahrscheinlich so ein schatz ding sein für die waffe aber jetzt ist das sein sondern keine ahnung aber hier sieht es ganz gut an ausgang aus vermutlich noch mal markierung drauf doch bin ich ja nicht draußen bei der kletterwand war nichts oder bist du nur runterkommen im bild ich bin wieder runter gekommen im bild als noch gott oder müssen wir vielleicht ein bisschen gewalt anwenden und da weiterzukommen möglich aber ich habe jetzt keinen punkt gesehen ich mach mal ich höre was das wie soll lachen gewesen ja krass das recht gehabt ja so aus aber war kein damit schon abgebildet auch noch bis sie verschwinden jetzt ich glaube ich jetzt nicht kommen wir ja das ist für dich du bekennst dich mit bilder äh tötet ihr den bitte mal wo denn der lebt noch der hat ungelogen der hat kein geräusch mehr gemacht bei mir war nix der wichtig die ganze zeit noch und macht geräusche die die folie schnippt brennst jetzt ist sie genau vor ein pfeil gerannt ich bin auch erst hier gewesen ich höre wasser blöchensung lebst noch schmerzmittel haste habe ich gerade reingehauen ich kann nicht kommen sehen ja also noch zwei andere andere danke ja danke meiner ok kannst du gerne haben das problem ist halt dass man dich im zweistfall trifft wenn du halt im vorstehst oh hier ist noch einer alter fuck man eh genug von den dingen und ich hau mal der flare hier rein er kommt da warum gehen die nicht an ja wahrscheinlich weil die wieder mal vergesst das anzuzünden du musst das anzuzünden weiß ich nicht warte wer so eine typische dave aktion hat beim düna bin ich auch schon vergessen ne bei mollys stimmt da kommt noch einer da kommt noch einer so rechtsblick du hast mal gefechtsfeldbeleuchtung naja lieber später ziehen ne nicht so effektiv aber ok rechtsblick drauf dann machst du die an ja leere kisten hier oder was frechheit wir wollen loot loot wir wollen loot hier drüben ist was kreuz und äh Zeitungsanzeigen ja cool und Geld ist drin stimmt 1 1 Munitioners hier Munitioners siblings been missing wohl jetzt sind äh geschwister vermisst oh oh nicht dass armin armin und ihr virginia äh geschwister sind die vermisst das wird so einiges erklären hehehe das wird so einiges erklären ja man die grubelichen babies zum beispiel wo seid ihr? ne ich seh hier gar nichts Tito wir können erstmal nach dahinten gehen wo das licht ist man kann ja mal die taschenlampe verwenden oder? du weißt ja nicht wie lange der akku hält ist mittlerweile leer ich hab nur 100% beine beine und arme hm ach hier gehts nach oben äh von hier nicht gekommen ne ne ach ne das ist richtig ja genau ich glaub wir gehen in den nächste Öl schon wieder ja hier ist auch wieder zum tauchen würde ich sagen oder? ne gehts gar nicht weiter doch hier oder? ne äh ne Sackgasse ach hier ist ne Spalt oooohh ein Ketschi oooohh 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 Untertitelung des ZDF, 2020